Wie erhöhe ich die Haltbarkeit von Steuer bei Hitzeeinwirkung? Ich bin der Jansch vom Metallbau Jansch und gleich sag ich euch. Schaut euch das an was der Jansch jetzt macht! Der Standard-Baustell S235 schmützt bei ungefähr 1450 Grad. Selbst bei weitaus niedrigeren Temperaturen verzundert er stark und baut sich selbst ab. Um das zu verhindern, hat Metallbau Jansch in ein Flammspritzgerät investiert und kann somit seinen Kunden bei Problemen dieser Art unterstützen. Nach einer gründlichen Vorbehandlung wird auf dem Stall ein Keramikpulver mittels dem Flammspritzverfahren aufgetragen. Und schon wurde die Standzeit massiv erhöht. Schaut euch das an die Worte der aufgetragen. Schaut euch auf die Halt! Das ist alles es euch! Schaut euch das an die Welt! Untertitelung des ZDF, 2020